Aus dem Dunkeln bricht ein Licht, fürchtet euch nicht, seht das Licht. Christus wird sein Name sein, der da kommt in Gottes Schein. Fürchtet euch nicht, seht sein Licht. Durch die Zeiten Christus geht, der der uns kennt, der der uns sieht, gibt uns die Kraft und Zuversicht. In unser Dunkeln bricht er sein Licht, fürchtet euch nicht, seht sein Licht. Das Lied, was wir eben gehört haben, ist im Christophorus-Werk entstanden. Es handelt von Licht und Dunkelheit in der Adventszeit. Und es hat vielen Menschen Freude gemacht beim Hören und beim Mitsingen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017